Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und diesmal wie angekündigt, das Video über Filme und Serien, was ich so in der letzten Zeit geguckt habe. Ich habe von Anfang Dezember bis jetzt geguckt. Also heute ist der 13.1., also Freitag der 13. und ich habe mir da so eine kleine Liste vorbereitet. Ich habe das auch geteilt in Amazon, Netflix, Filme, Serien und so und habe gedacht, wir fangen an mit den Serien. Der Onkel ist leider nicht mit bei und auf unbestimmte Zeit auch nicht mit bei, aber irgendwann wird er schon dazu stoßen. Ja, ich habe mich selber sehr erschreckt bei der Liste, was ich mir da so zusammengetragen habe. Ich habe das jetzt hier alles auf dem PC stehen, also ich muss ab und zu mal darüber gucken, um zu sehen, was da steht. Ich habe mein Tablet hier neben mir, also nicht wundern, dass ich hier manchmal runter gucke, ob ich noch im Bild bin. Und ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Wir können da ja noch über Filme und Serien diskutieren, habe ich kein Problem mit. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch eine Anregung für mich an Serien oder Filme, die man gucken kann oder die empfehlenswert sind. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir hier erst mal an. Ich habe auch geplant, das vielleicht das nächste Mal irgendwie live zu machen als Hangout oder so. Ich weiß es aber noch nicht genau. So, ich habe es mir erst mal auf meiner Couch gemütlich gemacht. Hier lümmel ich mich immer hin und kieke die Filme. Oder wenn ich im Schlafzimmer bin, dann halt im Schlafzimmer im Bett. Und ich fange jetzt an mit Serien. Ich habe geguckt, One Piece. One Piece wird jetzt leider wieder wiederholt. Also fängt wieder von vorne an oder irgendwie, ja, nicht ganz vorne. Und ich habe jetzt nochmal die ganze Schlacht gesehen, wo sie da halt die Marine aufmischen und so. Und ey, es stirbt und hast nicht gesehen. Da soll es laut ProSimica, ProSimo auch angeschrieben, äh, im Laufe des Jahres neue Folgen geben. Wann, ist aber noch nicht bekannt. Es soll aber dieses Jahr noch neue Folgen kommen. Dann, äh, Naruto, habe ich nicht mehr geguckt, weil, ja, hatte ich eine vorigen Monat schon angeguckt. Das ist alle Wiederholungen jetzt momentan. Da soll es ab dem 30.01.2017 neue Folgen auf ProSimex geben. Da bin ich dann schon gespannt drauf. Die werde ich mir dann auf jeden Fall herindrehen. Dann, was habe ich noch geguckt? Ich habe Elementaries, habe ich geguckt. Staffel 4, also der Rest von Staffel 4 und den Anfang von Staffel 5. Äh, bis jetzt gibt es bei Staffel 5, glaube ich, drei Folgen. Drei Folgen, ja, und die gucke ich dann immer mit meiner Freundin zusammen. Äh, die Serie mögen wir bitte sehr. Äh, ich habe auch unten, also ganz am Ende vom Video werde ich auch noch sagen, auf welche Serien ich mich noch freue, was jetzt demnächst kommen wird. Weil da gibt es auch noch einige. Mein Akku ist bald leer. Hm. Ähm, dann habe ich geguckt, der Tatortreiniger. Klingt doof, ist, aber ist eine coole Serie. Äh, Staffel 4, ne, 5 habe ich geguckt und den Anfang von Staffel 6. Dann habe ich jetzt, äh, Shooter habe ich geguckt, äh, auf, auf Sky 1 oder wo kam der, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe mir das eingespeichert in meinem EPG und im Handy, das erinnert mich dann daran. Äh, da müsste jetzt noch ein oder zwei Folgen kommen und dann ist die Serie zu Ende, also Staffel 1 zu Ende, so wie es aussieht, weil nähert sich jetzt alle dem Ende. Dann habe ich geguckt, Navy CIS, äh, glaube Staffel 14, weiß ich es nicht. Auf, auf 13. Straße halt. So, das sind die TV-Serien. Jetzt komme ich mal zu den Serien, die ich auf Amazon geguckt habe. Ich habe mit meiner Freundin, äh, ja, da haben wir so ein bisschen Nostalgie geschwägt, Der kleine Maulwurf geguckt. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht hier links, rechts irgendwo, äh, auch, äh, äh, vielleicht, äh, Covers von den Filmen oder von den Serien machen und vielleicht werde ich die auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Die von Amazon kann ich verlinken, die von Netflix kann ich euch leider nicht verlinken. Äh, oder geht das? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Äh, da haben wir geguckt, Der kleine Maulwurf, wie gesagt, ähm, dann haben wir geguckt, also ich habe geguckt, Red Oaks Staffel 2, dann habe ich geguckt, Houdini. Houdini habe ich jetzt mit dazu geschrieben, obwohl es nicht wirklich eine Serie ist. Es ist ein Zweiteiler, ist für Amazon Prime-Mitglieder gratis, ist, pff, anderthalb Stunden geht, glaube ich, ein Film, Teil 1 und Teil 2, jeweils anderthalb Stunden. Sehr schöner Film, ähm, macht sehr Spaß zu gucken. Äh, ich habe da auch noch Sachen erfahren, die wusste ich gar nicht. Von Houdini. So, da gibt es auch eine Serie, die habe ich aber noch nicht geguckt. Äh, Vikings Staffel 5, Teil 2, also der zweite Teil der fünften Staffel, da bin ich immer noch dabei am gucken. Da habe ich gestern, gestern, ja, gestern kam die neue Folge, Folge 6, was, glaube ich, habe ich geguckt. Und, ja, die Serie an sich ist geil. Ich will auch nicht so viel spoilern, ey, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber jetzt enttäuscht es mich gerade. Also, sie macht zwar noch Spaß, aber da ist jemand gestorben und enttäuscht mich ein bisschen. Dann habe ich geguckt, äh, oder bin ich dabei am gucken von Kevin Canwat, also wenn ich es falsch ausspreche, sorry, ich kann kein Englisch. Äh, das mit dem, von dem King of Queens Typen, von Duck praktisch die neue Serie. Da ist jetzt auf Amazon, glaube auch Folge 6, 6, ist am Mittwoch oder so gekommen. Glaube Folge 6. Und, äh, da bin ich auch fleißig am Schauen, da freue ich mich schon auf die nächste Folge. Dann habe ich geguckt, The Man in the High Castle, Staffel 2. Die kam eigentlich offiziell heute erst raus. Ich habe gestern Abend 23 Uhr oder so, 23 Uhr, kurz vor 23 Uhr halt reingeguckt bei Amazon und die war schon in Deutsch da. Naja, und dann habe ich natürlich nicht lassen können. Und habe mir da die ersten 3, 4, 5 Folgen reingedreht. Bin dabei eingeschlafen. Muss ich mir heute Vormittag denn erstmal gucken, bei welcher Folge ich denn das letzte bisschen noch mitgekriegt habe. Und habe mir das dann zurechtgesucht und habe da dann halt weitergeguckt und bin jetzt komplett fertig mit Man in the High Castle, Staffel 2. Alle 10 Folgen. Alter, ist die Serie geil. Leck mich an, Arsch, ist das geil. Okay, also jetzt wird gerade richtig spannend und ich warte, ich hoffe, da kommt noch eine dritte Staffel. Dann habe ich auf Netflix, habe ich Serien geguckt. Da habe ich mit meiner Freundin geguckt. Nicht nachmachen, oder? Doch, nicht nachmachen. Staffel 1 und 2, 3 und 4 wollen wir uns noch angucken. Das ist mit Wiegald Boning und, wie heißt der kleine Glatzkopf von Switch? Hoäcker. Hoäcker, genau. Und mit Wiegald Boning und Hoäcker, die sind da in so einem Haus und machen Sachen, die man, wie gesagt, nicht nachmachen soll. Zum Beispiel Rotwein in eine Mikrowelle. Das hier nimmt einen schönen Knall. Das hatte ich damals mal vor, boah, wann war denn das? Vor, da wo ich noch richtig Fernsehen geguckt habe. Also, richtig Fernsehen heißt halt TV-Sender. Kam auf ZDF. Ich glaube, ich habe Staffel 4, habe ich ein paar Folgen gesehen. Aber mir fehlen etliche Folgen und die hole ich jetzt mit meiner Freundin nach. Und es ist richtig, richtig geil und interessant. Dann habe ich mit meiner Tochter Trolljäger Staffel 1 geguckt. Jetzt waren 24 Folgen, glaube ich. 20 Minuten von Dezember bis jetzt. Also jeden Tag so 1, 2 Folgen haben wir geguckt. Na gut, zur Weihnachtszeit ein bisschen 2, 3 Folgen mehr. Also da war ja Weihnachtszeit. Also kann ich echt empfehlen. Ist eine schöne Serie. Wartet mal, jetzt muss ich hier mal runterscrollen. So. Dann habe ich angefangen von Helsing Staffel 1. Bin da jetzt bei Folge 4 oder 3, 4, 5 irgendwas in dem Dreh. Und da hat mich dann ein bisschen der Mut verlassen. Und da muss ich mich mal dann wieder dazu Muße fassen, das da mal weiter zu gucken. Dann habe ich geguckt, The Expenses, Staffel 1. Da soll wohl Staffel 2 dieses Jahr noch kommen. Spielt, ist so eine Science-Fiction-Serie, spielt im Weltall. Ist geil. Van Helsing, fällt mir gerade ein. Van Helsing hat jetzt nichts mit dem Film zu tun. Das ist irgendwie irgendwie eine Tussi. Also ich habe da ohnehin nicht ganz durchgesehen. Dann habe ich die Serie OA geguckt, Staffel 1. Die ist sehr interessant. Ist am Anfang echt schwer durchzusehen. Man denkt, das ist Science-Fiction. Dann ist es aber nicht wirklich Science-Fiction. Die ist echt toll. Und Netflix-exklusiv ist die. Die ist richtig geil. Aber ist zum Ende hin schwere Kost. The Glitch habe ich geguckt. The Glitch Staffel 1. Das sind sechs Folgen. Da warte ich jetzt auf The Glitch Staffel 2. Das ist eine australische Serie. Und da kommen ein paar Tote wieder zurück. Und ja, das gab es schon mal so in etwa in, wie hieß denn die Scheiß-Serie? Da habe ich geguckt in, da habe ich auch nicht alle Teile geguckt. Das ist eine französische Serie. Da kommen auch die Toten zurück. Aber ich komme auf den Namen nicht mehr. Wenn ihr den Namen wisst, könnt ihr ja gerne in den Videokommentaren posten. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Mist. Dann habe ich Light to Me Staffel 1, 2, 3, 4 mit meiner Freundin geguckt. Also aber nicht alle, die jetzt im Dezember und Januar. Das haben wir schon im Oktober angefangen. Und den Rest haben wir halt im Dezember geguckt. Von Staffel 4, drei oder vier Folgen waren dann noch offen. Ist eine geile Serie. Kann ich echt nur empfehlen. Der liest so gestik, mimik von mir, Sicht und so. Und von den Menschen. Ist sehr genial. Sehr, sehr genial. Die kannte ich auch nicht. Da hat meine Freundin mich draufgebracht. Auf die Serie. Und da war ich dann echt hin und weg von. Also die war richtig cool. So. Dann kommen wir mal zu den Videos. Ich habe mir im Dezember bei Amazon gekauft. Also nicht richtig gekauft, sondern nur Ausleihe gekauft. Also zum Ausleihen gekauft. Man kann bei Amazon, kann man Videos bzw. Filme sich kaufen in SHD und in HD. Und man kann aber die, bestimmte Filme sind auch in Ultra HD. Und man kann aber auch Filme leihen in SHD und HD. Und ich habe mir in HD ausgeliehen für 48 Stunden oder so. Kann man das denn gucken. Habe ich gezahlt 3,99 oder 4,99. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, The Last Naruto The Movie war auch sehr interessant. Also seinen Sohn da zu sehen und so. Der wird ja auch dann bald eine Serie um Boruto und so. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber der Film war sehr, sehr schön. Dann habe ich geguckt, Hackett ist mit... Och, wie heißt denn der Typ jetzt gleich wieder? Och, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Der hat auch kurzzeitig, glaube ich mal, James Bond gemacht. Bevor er den Engländer gemacht hat. Ich komme nicht auf den Namen. Jedenfalls, das heißt richtig, Hackett, kein Leben ist sicher. Und da geht es halt darum, der ist halt Chef von einer Firma und hat ihn eingestellt. Und der ist erst Freund, dann nicht. Und dann hackt der den und den Chef und macht dem das Leben zur Hölle und so. Ist sehr interessant, ist sehr geil. Dann habe ich Dragon, Love It, Scare Tale, keine Ahnung. Da dachte ich eigentlich, dass es so ein bisschen mit Action ist. Den habe ich mit meiner Freundin geguckt. Aber dann war er so schnulzenmäßig, aber so schnulzenmäßig, dass es ihr nicht gefallen hat. Und weil es mit Drachen war und so. Und mir geht so, geht so. Wir hatten dann zur Hälfte geguckt, da wollte ich den dann auch zu Ende gucken. Da wollte ich das Ende wissen. Aber ja, ist halt, naja. Dann haben wir geguckt, einen Mann namens Ove. Also O-V-E. Den hatte ich schon mal geguckt. Den habe ich mit meiner Frau dann nochmal geguckt. Das ist ein schwedischer Film. Der ist sehr schön gemacht. An manchen Stellen sehr nachdenklich. Am Anfang ist Ove, denkt man, ach so ein Idiot. Und dann, umso länger der Film geht, umso mehr kann man sich in ihn reinversetzen. Und er ist gar nicht so ein Idiot. Aber er ist ein sehr interessanter Film. Die Schweden machen sowieso. Ich habe da ein paar schwedische Filme schon gesehen und war da sehr begeistert von, muss ich sagen. Meine Frau hat Blackheart geguckt. Also meine Freundin hat Blackheart geguckt. Da habe ich nur die Hälfte mitgekriegt. Da war ich nämlich gerade unterwegs. Aber war sehr interessant. Den werde ich mir auch nochmal zu müde tun von Anfang an. Er geht irgendwie um Atomkraftwerk und hast mich gesehen. Und der war wirklich interessant. Und Action. Sorry, ich muss mir mal kurz die Nase stoppen. Tut mir leid, Leute. So, dann. Ich muss noch ein bisschen runterscrollen. The Zero. The Zero-Theorie. Also den fand ich echt schwere Kost. Also spielt in der Zukunft und irgendwie mit, die machen Geld mit, mit, mit Persönlichkeiten irgendwie. Also den fand ich schwere Kost. Also da ist echt schwer durchzusehen. Also ja, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Also ich fand eine schwere Kost. Dann habe ich mit meiner Freundin geguckt. Liebe braucht keine Ferien. Ein absolut schöner Film, muss ich sagen. Ist, äh, Schnulze, Romanze, wie man auch sagen möchte. Aber so Schnulze, ne, so Schnulze, ne, doch eigentlich schon. Aber er ist wirklich schön gemacht. Er ist wirklich richtig schön gemacht. Er hat Gefühl, hat, hat, äh, hat eine gute Story. Und, äh, also ich bin ja nicht so der Schnulze-Typ, aber, äh, der hat mir wirklich gefallen. Also den habe ich gerne mit ihr geguckt. Ach, Assassin's Creed, habe ich ja auch geguckt. Da müsst ihr einfach mal eine Infobox gucken. Da habe ich ein separatet Video gemacht. Den habe ich mit meiner Freundin im Kino geguckt. Äh, dann habe ich mit meiner Freundin geguckt. Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Also der war toll. Der war richtig toll. Ähm, ach, Alter, ich muss ja mal, das ist immer schwer, die, äh, genügend Informationen dazu finden, zu finden, ohne richtig zu spoilern. Also der ist praktisch in der Wildnis mit seinen Kindern und, und seine Frau stirbt und dann wollen sie zur Beerdigung und die Kinder sind halt mit der Frau und ihm in der Wildnis groß geworden. Die Frau ist vorher schon mal weggegangen jetzt, weil sie krank war. Das stellt sich alles im Film raus. Und, äh, äh, sehr interessant. Also die Kinder sind hochgebildet und, 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 und Ausdauertraining, was die da das machen. Also richtig geil gemacht, der Film. Und, äh, von der Story her auch, äh, an Stellen, manchen Stellen ziemlich traurig, aber an sich ein echt gelungener Film. Also Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Also ich werde mal hier irgendwo die Coverin machen und müsst da mal in die Videobeschreibung gucken, dann werde ich euch das mal verlinken bei Amazon. Ich weiß ja nicht, was habe ich denn dafür bezahlt. Ich glaube auch 4,99, 5,99 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich aber auch nur ausgebockt, also nicht gekauft. Äh, dann habe ich hier geguckt. Och, muss ich mal gucken. Habe ich hier eh mal Freizeichen zu viel oder was? Achso, Kobler. Kobler. Also C-O-O, nee, C-O-B-B-L-I-R. Das ist mit, äh, dem von Skinsköpfen und, und von Dusselien 6 hier, wie heißt er? Ach, ich komme in einem Namensgedächtnis. Waterboy und was er da alles gemacht hat. Äh, mit dem ist das. Und, äh, da ist er Schuhverkäufer. Und, äh, da gibt es eine Maschine, um Schuhe zu machen, damit er praktisch durch die Schuhe in der Persönlichkeit des Anderen gehen kann. Also, das sieht dann aus wie die Andere. Ähm, ist lustig gemacht, aber auch mit Action gemacht. Äh, ist sehr schön anzugucken. Also, den haben wir uns echt gerne angeguckt. Und den werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Ich hatte mir dann nochmal angeguckt, äh, Seventh, äh, Seventh Sohn, oder? Seventh Sohn, ja. Der siebte Sohn ist, äh, und, 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 ist halt mit Hexen und, und, und der wird, der siebte Sohn, eines siebten Sohnes, äh, soll denn von dem Anderen der, der Lehrling werden, weil der andere Lehrling tot ist und, 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 äh, ein bisschen viel Story alles, äh, aber geil umgesetzt, richtig schön gemacht. So, dann kommen wir zu den Netflix Filmen. Da sind auch ein paar alte Filme mit bei, einfach nur, ja, weil ich gerne gucke. Äh, The Doe Over, den ist auch mit dem, äh, von Kindsköpfe, der ist auch richtig lustig, äh, ist, äh, Netflix exklusiv. Der ist auch irgendwie, äh, 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 hat der auch irgendwie einen Vertrag jetzt mit Netflix, äh, dass da einige Filme Netflix exklusiv sind. Netflix hat ja auch gesagt, äh, in der letzten Pressemitteilung, dass sie halt nicht mehr so viele Filme und Serien einkaufen wollen, um das Geld zu sparen, um eigen, äh, eigenhergestellte Serien zu machen, also Netflix Original, oder, ja, ja, wie der doch Netflix Original heißt da kommt auch noch dieses Jahr, ähm, Iron Fist und, 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 und Panischer und, ja, gut, kommen wir, da kommen wir nachher noch dazu. Äh, dann hat mit ihm auch, äh, Serien Diklos 6, also die Dusselien 6, ist auch mit ihm. Den kenne ich schon, den habe ich auch schon geguckt, den habe ich jetzt mit meiner Freundin nochmal geguckt, weil die, den ich kannte und, äh, die hat sich beölt vor Lachen, die hat sich weggeschmissen, also die fand den echt toll. Och, du Scheiße. Ja, dort Wille, das ist auch so ein Actionfilm gewesen, ach, ich kann, den kann ich mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Bei Netflix kann man sich die, die, die ganze Historie nämlich kopieren und die habe ich mir dann rauskopiert. Dann Iron Man 3, ja, brauche ich nichts zu sagen, ist Iron Man. Dann Pöns of Persia, äh, Sand des, äh, der Sand der Zeit, ist auch ein Aspach alter Schinken, also der ist auch schon, boah, ich glaube, 10 Jahre mindestens alt oder so. Auch eine Videospielverfilmung, äh, aber sehr schön gemacht. Also ich fand den sehr schön. Auch so mit Action und, 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 und Liebe und, also da ist alles drin. Äh, Broken City und Vier Brüder habe ich geguckt, äh, mit Mark Wahlberg. Also auch sehr schöne Filme. Vier Brüder kannte ich schon, habe ich schon auch etliche Male geguckt. Äh, Shooter habe ich auch geguckt, siehst du, steht hier auch drin. Und Broken City ist ja auch mit ihm. Äh, das sind so Kultfilme, die man immer mal wieder gucken kann. B-Movie haben wir geguckt, das habe ich mit meiner Freundin zusammen geguckt. Und, brauche ich glaube, ohne zu sagen, den kennt auch fast jeder eigentlich mittlerweile. Äh, sie kannte es noch nicht. Ralf Reichts haben wir denn geguckt. Das kannte sie nicht. Äh, den fand sie auch sehr schön. Äh, geht um Video, auch um Videospiele. Und dass der Videospielcharakter da dann halt ausbricht in andere Spiele. Und er will nicht immer der Bösewicht sein. Meine Lieblingsszene ist am Anfang gleich, wo die ganzen Videospielbösewichte von Street Fighter, Mortal Kombat, ähm, Mario und so, alle in einer Runde sitzen. Und, äh, dann, äh, ist Sangif dran, von Street Fighter. Und er sagt, ich, Sangif, ich, Bösewicht, ich liebe die, ich weiß es nicht. Der sagt nur halt das in einem russischen Dialekt und, also mit russischem Akzent. Aber ich finde diese Szene einfach geil. Ähm, Baymax kannte sie noch nicht. Den habe ich dann mit meiner Freundin und meiner Tochter nochmal geguckt. Also, wie gesagt, die Animationsfilme haben wir alle zusammen geguckt. Ähm, den fand sie auch ganz süß gemacht und den fand sie total toll. So. Dann darauf warte ich. Ähm, auf jeden Fall The Punisher, äh, Netflix exklusiv. Dann warte ich auf, äh, Iron Fist, Netflix exklusiv. Auf neue, auf die neue Staffel von Daredevil. Die soll wohl auch noch dieses Jahr kommen. Ich bin gespannt. Dann, ähm, hat Netflix auch eine Serie gemacht. Die habe ich aber schon vor Dezember geguckt. Deswegen ist die hier nicht mehr drin. Ähm, ach, wie hieß denn die? Ja, hier geht es um die Entstehung des Hip-Hop. Richtig geil. Äh, da gab es jetzt die ersten 10 Folgen oder so. Und, äh, da soll nochmal ein zweiter, äh, noch eine zweite Staffel kommen. Darauf warte ich. So, dann warte ich auf Sherlock, Staffel 4. Das kam immer auf, äh, ARD. Ähm, das ist, äh, jede Staffel hat immer so 3, 4 Folgen. Und die ist richtig geil. Also, also, der Sherlock wird da auch richtig gut dargestellt. Das ist, äh, der Schauspieler, der auch, ähm, ähm, äh, Dr. Strange im Kinofilm spielt. Ja, das ist der Sherlock. Dann warte ich auf die neue Staffel von Doctor Who. Doctor Who, Staffel 10 soll dieses Jahr auch noch kommen. Weil der Macher von Doctor Who ist auch gleichzeitig der Macher von Sherlock. Ähm, habe ich nämlich gelesen. Naruto habe ich ja vorhin schon angesagt. Da soll es ja jetzt bald weitergehen. Am 30.01. The Man in the High Castle. Weiß ich nicht. Äh, haben sie noch nicht angekündigt, ob eine dritte Staffel kommt. Ich hoffe, dass es eine dritte Staffel gibt, weil das Ende ist ja offen. Kann ich euch nicht verraten. Also, jedenfalls, da ist noch Platz, dass man da vielleicht noch was rausholen kann. Äh, You Are Wanted, äh, Staffel 1, darauf warte ich. Und, äh, jetzt habe ich mir rausgesucht. Eine Reihe betrügerischer Ereignisse. Auch, äh, Netflix Original. Äh, habe ich vorhin erst gesehen, wo ich meine Liste aktualisiert habe. Da kam das neu dazu. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Äh, das Bild sah ja nicht mal so schlecht aus. Sah sehr interessant aus. Damit werde ich jetzt anfangen, mir da drin zu drehen. Und natürlich werde ich halt weiterhin Vikings gucken. Geht ja noch, kommen ja noch ein paar Folgen. Da bin ich mal gespannt. Äh, muss ja noch weitergehen. Wieso flackert denn mein Bild jetzt hier so? Vielleicht, weil die Kamera, Batterie gleich alle ist? Hm. Keine Ahnung. Jo. Dann würde ich sagen, dann wartet. Dann haben wir jetzt alle abgearbeitet. Ich werde mal gucken, dass ich die Liste vielleicht noch in die Videobeschreibung packe. Obwohl die ziemlich lang ist. Ähm. Und vielleicht noch ein paar Links dazu klatsche. Die Amazon Links, wie sie sagt, die kann ich euch dazu klatschen. Aber die Netflix Links, äh, das wird schwer. Äh, wenn man nicht bei Netflix angemeldet ist, kann man dann sehen. Vielleicht finde ich ja irgendwie was anderes, wo man da ein bisschen was zu dem Film durchlesen kann oder so, dass ihr euch da so ein bisschen, äh, ein Bild machen könnt. Äh, wie sagt Netflix, hier zum Beispiel Ridiculous 6, äh, und so, habe ich dann in UHD geguckt, Ultra HD. Mein Netflix Account ist halt für Ultra HD ereignet. Und, äh, das Bild ist schon richtig geil. Also kann ich echt nur sagen. Und, ähm, ich war damals echt am überlegen, weil ich ja schon Amazon hatte, ob ich jetzt für 11 Euro noch was Netflix dazu mache, ja oder nee. Weil Amazon hat ja eigentlich viele Serien und Filme im Angebot. Aber Netflix hat jetzt, ja, der eigentliche Grund war jetzt, warum ich mir Netflix zugelegt habe, weil Netflix von den eigenen Serien und Filmen, die rein nur für Netflix produziert werden, oder von Netflix produziert werden, wie Dieter Nuhr. Siehst du, das habe ich ganz vergessen. Äh, Netflix hat auch mit Dieter Nuhr in Berlin was gemacht. Das habe ich auch geguckt mit meiner Freundin im Dezember. Das habe ich, das ist meiner Liste ja nicht mehr aufgetaucht. Oder ich habe es nicht übersehen. Hm. Ähm, da hat, ja, da war eigentlich die Entscheidung jetzt ziemlich leicht, weil Netflix halt viele eigene Serien und Filme hat. Und da habe ich gedacht, ja, machst du Netflix, Amazon hast du, bist du da gut abgedeckt. Netflix, Sky hast du auch, guckst ja eigentlich nur, äh, äh, Sci-Fi, äh, äh, was gucke ich noch, 13. Straße, äh, 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 was gucke ich noch, naja, und da, äh, äh, Atlantik, wo Game of Thrones und so kommt. Aber sonst gucke ich da eigentlich nichts weiter, nicht mal großartig die Filme, die gucke ich eigentlich alle auf Netflix und Amazon. Klingt doof, ist aber halt so. ARD, ZDF, Sat.1, RTL, ProSieben und sowas gucke ich alles ja nicht. ProSieben halt nur jetzt, ProSieben Max, wegen meinen Serien, äh, Naruto und One Piece, aber sonst gar nicht. Überhaupt nicht, ja. Ja, wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, zu Serien, die mir gefallen, oder, äh, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt und die euch gefallen oder so, einfach in die Kommentare posten. Äh, wenn euch das Format gefallen hat, äh, so über Filme und Serien reden, äh, dass ich euch sage, was ich halt jetzt in der letzten Zeit geguckt habe, gebt mir bitte ein Feedback in die Kommentare. Äh, wie gesagt, ich bin auch am überlegen, ob ich das nächste Mal in Hangout mache und das alles in einem Hangout mache und vorlese. Da könnte ich dann auch auf Fragen reagieren. Wenn euch sowas interessant ist, ah, da kann ich keine, da kann ich keine Covers einblenden, weil ich bearbeite das Video jetzt und dann blende ich die Covers ein und blende die wieder aus, das wäre dann in einem Livestream halt nicht möglich. Ähm, aber wenn ihr da natürlich eher einen Livestream haben wollt, äh, dass ich dann auch auf Fragen zu gewissen Filmen oder Serien reagieren kann, äh, ja, ich würde nicht Ne sagen, sagen wir mal so. Also müsst ihr nur sagen, wie ihr das gerne haben wollt. Ich hab das jetzt erst mal so gemacht, um mit der Serie überhaupt erst mal richtig zu starten. Ich hoffe, die kommt gut an, ich hoffe, das gefällt euch. Ich bin jetzt erst mal weg und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ihn da oben da. Ahoi, das hat euer Odin.